Ich habe mir im November einen Freifahrtschein ins Krankenhaus geholt, weil ich mir beim Fußball einen Kreuzbandriss zugezogen habe. Völlig übermotiviert bin ich einem Ball hinterher gerannt, den ich eigentlich gar nicht mehr erreichen konnte. Und ja, dann hat mich der gegnerische Keeper eben voll erwischt. Es hat laut geknackt und ich wusste direkt, dass wieder was kaputt ist. Mit 25 Jahren ist es jetzt bereits mein zweiter Kreuzbandriss und dementsprechend meine Motivation natürlich hoch. Nicht. Ich war wochen- und monatelang frustriert, einfach von allem. Aber trotzdem habe ich am ersten Tag an Vollgas gegeben, ob daheim, bei der Physio oder im Gym. Und ja, jetzt sind fast 5 Monate vergangen und ich kann sogar schon wieder ein bisschen kicken.